Bereit für die Finals? Da ist die Hinterführung, die ist dabei richtig gut. Erste Gerade, seid ihr bereit für die Finals? Jawoll, dann die Küchenkurve. Küchenkurve, seid ihr bereit für die Finals? Nein, ich wollte aufsicht, nochmal. Küchenkurve, seid ihr bereit für die Finals? Jawoll! Und die Küchenkurve, seid ihr bereit für die Finals? Jawoll! Jawoll, eindeutige Sieger hier, die Zielgerade. Da sind die Fans, die stehen da im Schatten, die rufstehen jetzt in der Sonne. Den müssten wir vielleicht ein paar Getränke rüberbringen. So, die ersten beiden stehen oben, das B-Finale der Beginners. Fünf bis sechs, ich hab's gesagt, die B-Finale und die Beginners werde ich während der Helm vorstellen. Alle lizenzierten A-Finalisten, das machen wir vorm Start. Das haben sie sich verdient und das tun wir auch, wie sonst auch. Also, Startrei! Sie sind nur zwei! So, feuert mal die zwei Mädels richtig an. Sie fahren hier am Leiter, sie sind für 100 Meter da in den Rösterreich. Und man muss dann die richtig Lärmacher beigefahren in den Körner, die Körner, die Körner, die Körner, die Körner, die Körner und die Körner sind sogar beide die Schüsse. Und der Körner ist der Körner, die Körner, die Körner, die Körner, die Körner, die Körner. Die Klara ist die äldere, die Körner, die Körner, die Körner liegt vorne. Körner auf eins, sie schaut sich dort unten, wo die Schwester bleibt. Ja, die Klara auf der 2, Königbrunn 1 und 2, Melina auf 1 und Klara auf 2, das habt ihr toll gemacht, B-Finale, Beginners 5-6, ja, und glaubt mir, ihr habt echt den meisten Applaus gekriegt, so wie kriegen die anderen nicht. So, das A-Finale, Beginners 5-6, Start rein. So, ab geht's hier, ja, und einer ist mit dem Gute. So, ab geht's hier, ja, und einer ist mit dem Gute. So, ab geht's hier, ja, und einer ist mit dem Gute. So, ab geht's hier. So, ab geht's hier. Ja, schauen wir, wer hier ist, der Stade, wie ist er? Die Frau, die wir jetzt hier sind. Die Herr, die Papa, ja bitte. Und der Siebte da von der Kappe, die Loni ja hier auf der Position. Und bei den beiden anderen Geschwister, vor wie bei den Mädels. Und 6. war jetzt die Koffer auf Klasse Nummer 2. Die Frau ist mit dabei, die Frau ist mit dabei. Hendrik Weidmann und Peter, so Jasper, die ist mit dabei. Die Frau ist mit dabei. Vorne, Aurel, jetzt nicht direkt auf der 1. Die Ronja Kappe auf der 2. Klasse Nummer 3, der ging an Erlangen, die 4. 8. Simon Holger. Simon, Spitze, Spitze, mach weiter, so. In dem Moment auf Position Nummer 3. Aber der Siebte, der ging nach Volkermord. Aurel, der mit direkt vor Ronja Kappe und Simon Holger. Ach Gott, okay, schau. Das freu ich mich. Hey! So, schauen wir mal hier in den besten Staden. Höchst, das ist alles. Alle, die sind beide, die sind ungewollt. Alle, die sind 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 alle. Wir haben ihn alle, die sind alle, die sind alle, die sind alle, die sind alle. Jetzt kommt Deiner. Jetzt kommt Deiner. Jetzt kommt Deiner. Jetzt kommt Deiner. Ich hab nichts Gutes. Ich hab nichts Gutes. Ich hab nichts Gutes. Ja, zweimal, drei, einmal, fünfte, zwölf, und im sechsten Start, Dina Wisch, Lena Weißburg, bei den Diener, die hat der Diener, die hat der Diener, die waren in Schwachgespräche aus, die auf Position Nr. aus Position Nr. 2, da ist Kappi wieder, auf der Diener, der ist Kappi, der ist Kappi, auf der Diener, der fährt, 4,3 auf dem Platz, auf Position Nr. 3, gerade vorne, Lena Weißburg, die ist Kappi, entgegen, die für die Diener, die für die Diener, die für die Diener, die für die Diener, aus Erdn. Platz Nummer 2, macht sich wieder gut, und Topia Schürer, aus Erdn. ... Musik ... aus Kolbomorz, er ist abwürdig, der drittplatzierte, ja, drei kommen aus Glocken, alle drei Fahrzeuge in diesen A-Finale, wir sind erst 15 Jahre und älter, ja, vier Vorlaufsiege, hat er der führende Mann, und im Finalsieg, also ein Translusses und Spielerfreie Treppenliste gefahren, der Fahrer aus Bundesstadt, Nikolaus Weißer, Platz Nr. 2 und Platz Nr. 3 geht mit der Start Nr. 2 aus Peißenberg, Stefanie Fink, mit der Start Nr. 3 aus Königstron, Jasmin Schroßner, die Start Nr. 4 aus Leithart, Peißenberg, Simone Hain, die Start Nr. 2 aus Erlangen, Lager, Ziel und Pflug, die Start Nr. 7 aus Erlangen, Jusane, Otto, und das war nun Lies, heute fahren aus Imerstadt, die 6, 5, 8, Major, Drechsel, Pote. Start Nr. 4 aus Erlangen, Jusane, Otto, und das war nun Lies, heute fahren aus Imerstadt, die 6, 5, 8, Major, Drechsel, Pote. Start Nr. 3 aus Erlangen, Jusane, Otto, und das war nun Lies, heute fahren aus Erlangen, Mario Sex und Poser, sie fährt auf Position 6, die Kanzel, die Arzt, Susanne Otto auf der Fahne, da holt sie die Kanzel, die Stefanie Fimper, Jacke Stratzer und Simone Hein, Lara Silomus, Bluf auf 4, Susanne Otto auf der 5 und Mario Sex und Poser auf der 6. Finale, Gruße, männlich, das A-Finale, mit der Startnummer 612 aus Paisenberg, Jonas Amron, mit der Startnummer 2 der Mann, Epping, aus Fürstetfeldgruppen, Florian Ettenberger. Ja, die Steffi hat gerade gewonnen, der Max steht ebenfalls im Finale, die Startnummer 6 aus Paisenberg, Maximilian Fink. Die Startnummer 3, der Dritte im Bunde, die Startnummer 3, David Petzel. Für alle hier in diesem Finale, der Gruße, männlich, die Startnummer 8, Andreas Ecklein. Ein weiterer Fahrer aus Paisenberg, die Startnummer 8, Thomas Klaas. Ebenfalls ein Paisenberger, mit der Startnummer 1051, Luca Wetz. Und Schlagfahrt von Wies, aus Ingersheim angereicht, die 68, Guido Petz. Ja, schau mal, Paisenberg gegen den Rest. Paisenberg! Paisenberg gegen den Rest. Der Mann ist schon ein gespannter Mann, da muss der Kieger schon ein wenig drücken, aber der Kieger geht nach Peichenberg an David Hölzl, Platz 2, Jonas Auffahrt und so, wir haben Ettenheim. A-Finale, Girls 5 bis 8, mit der Startnummer 844, aus Bonitze, Braz, Laura Taimarova, aus Erlangen, die Startnummer 3, Alisa Psyk, und aus Peichenberg, die Startnummer 6, Paula Huber, Start 3. So, schauen wir mehr, oh, die Laura, der Kumpel, 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 der K Wir sind auf Position Nummer 2. Wir sind auf Position Nummer 2. Das ist die Position Nummer 2. Laura auf Position Nummer 3. Aber vor allem, da wäre Paula Huber auf Position Nummer 1. Ne, so ein große Vorsprung vor den beiden anderen. Um Platz 2 und 3 würde es noch mal fallen. Schauen wir, ob die Anissa auf Platz 2 geredet oder auf die Laura. Wir haben dann die Fallen auf Erden. Und dann bei der Papierküste Paula Huber, wo ist es Platz 1, Platz 2, Anissa 5 und Platz Nummer 3 an Laura Teimer-Rober aus Brack. B-Finale für euch 5 bis 8. Und? Alles gut? Okay. Ja, boys! B-Finale für euch? B-Finale für euch? und war der Strafzettel auf der 3d. Das ist der Ziel. Der 1d. Der 1d. Der 3d. Der 1d. Der 1d. Der 1d. Dann Quirin Albrecht aus Peißenberg. So, gleiche Altersklasse, Finale, Beuys, 5 bis 8, das Haarfinale. Mit der Startnummer 7, 9, 3 aus Peißenberg, Kilian Krabler. Neben ihm sein Zielkollege, ebenfalls aus Peißenberg, die 5, 9, 7, Alvin Nebelewski. Aus Königsburg, die Startnummer 5 mit der Feier, ein ganz schneller Mann, Tudor Judel. Ja, weinemann hier aus Ingolstadt, jetzt rutscht ein Audi, 13, 24, Lorenz Schäfer. Mit dabei aus Königsbrun, die 4, 8, 2, 5, 0. Mit dabei aus Herzogenaukraft, die 208, Nick Schöne. Mit dabei aus Ingolstadt, diesen Feindruf hat er dabei, die 5, 9, 3, Daniel Fortuna. Und lass mal den Feindruf aus, für den Feindruf, die 4, 3, 4, Malin Flips. Du schaust rein, Beuys, 5, 4, 8. So, schau, wir werden jetzt jetzt. Also, da ist ein hitch, die 2, 3, 2, 3, 1. So, die 2, 3, 2, 1. So, wir werden jetzt jetzt. Die Startnummer 5 vor Kierkrabler und Alvin Nebilecki, die beiden Fahrer aus Peißenberg. Die Startnummer 5 aus Peißenberg, Lena Huber und Alvin Nebilecki, die Startnummer 5 aus Peißenberg, Lena Huber. Die Startnummer 5 aus Peißenberg, die Startnummer 4, Anika Hül. Die Startnummer 5 aus Peißenberg, die Startnummer 4, Anika Hül. Die Startnummer 5 aus Peißenberg, 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 ... von Emilio Blumhagen aus Essenbach. Jetzt gehen wir nicht. Und Victor Gutracht auf Platz Nr. 3. Der geht an Emilio Blumhagen aus Essenbach. Finale 14, Beuys 19. Das A-Finale steht oben. Richtig schnell, die Jungs. Leute, haben wir Bock auf dieses A-Finale? Das war besser. Mit der Startnummer 1074 aus Erlein, Mirko Weisbruch. Ich war aus Erlein 1410 Philipp Körn. Mit der Startnummer 6 aus Weilheim, Gregorio Früßel. Mit der Startnummer 6 aus Weilheim, Gregorio Früßel. Aus Breitzenberg die Startnummer 5, Jonas Helmer. Mit der Startnummer 770 aus Herzogenaura dabei, Mathis Hohne. Mit dabei die 839 aus Herzogenaura, Mats Puff. Mit dabei aus Beilheim, die 1242, Marlon Arndtus. Und nun der Gastfahrer aus Leopold Zöl mit 119, Ben Stutzi. Startwein 9, 10. Emma! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 Das war ein richtiges Spiel. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dominik Benni. Mit dabei, euer Mann aus Ingolstadt, D477, Joshua Mittermeier. Ebenfalls aus Ingolstadt, die 902, Mikkel Mittermeier. Ja, ich habe mich ganz besonders gefreut, dass ich ihn mal wieder sehe. Die 235, ebenfalls aus Ingolstadt, ein ganz schneller Mann. Dirk Jonas Eberl. Aus 14.2 wieder frei, die Stadt Nummer 808, Maxis Aschenbrenner. Ja, Kolbermoor vertreten durch die 482, Patrick Heil. Und Lars Badmung-Liesters, Königsbrunn, die 224, Niklas Benning. Start bei Männern, 1729, das A-Finale. metaphorische Musik. 7. Kultus von mois. peeking inside. Alle 4 successful Kunden pro Jahr geh Jenni tenha Bordeutsch. Beide, keep! Kommer. lives-dance! Once Adven, das Euer International Hatари, Auf geht's Josi, komm! Ich steh da drauf! 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 Aus der ersten Kurve hat das Mädel auf Königsgrund ein paar Radlängen zwischen den beiden anderen geschoben. Aber da ist sie schon wieder, Nere Gagel auf Position Nr. 2, Feline Löffler auf der 3. Schau, wir sind der letzten Kurve passiert. Alle Platz für das, Astor eben, auf Position Nr. 1, Nere Gagel auf der 2. Und Feline Löffler die Fettung nochmal anzugreifen, das reicht nicht mehr. Platz 2 gehen nach Erlanger nach Nere Gagel, Platz Nr. 3 an Feline Löffler. Und die Siegerin, sie kommt aus Königsgrund, Anika Kühne. Beuys, 13-14, Finale 2 und 20, das Spielfinale, Stadtreich. So, ab geht's hier, die Spielfinale. Eier, ein guter Start von Jakob auf Lehmann. Der Fahre aus Inderstande, in diesem Moment auch Vorsicht. Nein, das geht nicht mehr. Mit Moritz, Sieger und Zuger Gessner, beide Fahre aus Kölner. Aus Kölner, aus Kölner, aus Kölner, aus Kölner. Aus Kölner, aus Kölner, aus Kölner, ebenfalls aus Kölner. Auf Kölner! Der Fahre ist auf den Fall geblieben, er, auch von den Tod Nr. 1, da hat der Ingolstädter gestürzt. Platz Nr. 2, die 149, das ist Lunger Gessner. Und Lenni Volk holt sich Platz Nr. 3 in diesem W-Finale. Er hat gestürzt, der führende Fahrer, bis hier hin zu deinem Sturz. Der Fahre aus Inderstand, Jakob, die Lehmann. So, das A-Finale. Boys 13, 14. Wollt ihr das A-Finale? Boys 13, 14! Ja, aber hier sind auch richtig schnelle Jungs dabei. Aus Fürstenfeldgruppe, von Lane 1 geht er auf. Die Stadt Nummer 6, Luca Sautenthaler. Mit dabei, die 121, aus Kolbermoor, Seraphie Grube. Mit dabei, aus Peisenberg, die 478, Robin Picksner. Mit dabei, aus Königsbrot, die 887, Maximilian Schulz. Mit dabei, euer Mann, die 481, aus Ingolstadt, Thomas Ickel. Mit dabei, aus Herzogenaura, die 904, Linus Bohnel. So, da haben wir noch zwei Fahrer aus Ingolstadt, die 280, Benedikt Kloßner. Und wieder 18, 43, Benjamin Hildebrandt. Das bleibt, so, ich bin der Einzelkürz. Das ist es, es ist es. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.